Glaubst du, dass das ein Horror-Game ist? Weißt du sowas nicht? Mein Sohn! Oh Mensch. So ist ein Sohn, eine Tochter. Schön, danke. Nice, Steam stürzt erst mal ab. Ja, rat mal warum, unter deinem Gewicht. Nice, Steam startet sich nicht mehr. Ja, weil du zu fett bist. Das ist wie, als würdest du ein Auto aufzügebeln. Willst du noch mehr hören? Ja, bitte. Dann musst du erst was sagen. Das ist aber nicht gut. Ja, rat mal warum es nicht erahm ist, Alder. Weil du zu fett bist. Jo! Irgendwie funktioniert das heute nicht so gut. Okay. Ich dachte gerade, Charles, es braucht 14 Gigabyte Speicher benutzen. Portal oder so, nee, Left 4 Dead, Left 4 Dead braucht wirklich zwölf oder so. You can suck on the stick to the e. Liest du gerade wieder Werbung durch? Ey, wir können auch Left 4 Dead spielen. Dagegen habe ich auch nichts. Da ändert man schon sein scheiß Setup nicht, weil man es so behalten wollte, weil es so schön funktioniert hat, ne? Und dann ändert es sich von allein oder was? Vielleicht war das auch von Valve. Ja. Dann müsste es dir doch gefallen. Hihi xiii. Hihi fuck you. See us go one trick. Auf jeden Fall. Warum sehe ich so viel? Fuck ist dieses Intro. Vielleicht wird er dich auf keinen Bock auf dein Intro. Erst mal schließen. Dann kann man ganz auf sich überspringen, oder? Keine Ahnung. Nein, bei mir ist einfach alles komplett verleckt. Ja. Ich hätte schicken nichts. Hallo. Kann ich vielleicht für das bitte schließen? Taskback. Dankeschön. Fick. So. Properties. Minus. Oh wild. Fick damit. Bin nicht zu lassen. Bin mir öfter zu verlangt. Irgendwann. eben wieder cancer in meinem arschloch herr als ob bist du behindert du bist du bist so scheiße weil du lauter reden musst ja natürlich hässlich ja das ist auch aber das wollte ich jetzt hier nicht ansprechen welches keyboard nehmen ich glaube das nehmen wir alles silent oder ja ja mach ich doch so froh dass ich das umgestellt habe also ich habe so viel funktioniert er hat lust auf alles ankert weil heute ist man kann jungs ich bin hier 60 fps und es ist traurig was heute wird alles ankert hochgeladen keine beleidigung wissen christian channel ich möchte noch geld dafür bekommen was an beleidiger heute nicht hast du nicht verstanden tom hast du behindert hast du eine ernsthafte behinderung okay irgendwie muss ich doch meinen neuen band lamborghini bezahlen werden bei dir überhaupt werbung nein ich habe keine werbung angeschaltet aber könnte ich mal machen also ich würde bestimmt drei cent auf jedes video bekommen vielleicht auch nur 0,3 sind vielleicht auch vier cent kann man hier friends add in left for dead nicht direkt aber du siehst welche online sind auf steam und die kannst du einladen also die auf das spiel gestartet haben ich bin gerade bei left for dead also soll ich das spiel starten left for dead ja meine soll ich es tun nein bring dich um ok ciao weißt du das problem ist bei mir funktioniert gerade noch absolut gar nichts weder tast also es leuchtet zwar ich kann es auch umstellen es leuchtet aber es tut nichts ich kann nichts drücken ah doch hä alt tab ach ist ausgeschaltet gell ja gut aber wo ist meine maus die sollte trotzdem so langsamer kommen hast du das von der herz abgemacht ja schande Junge ich bin zwölf ich darf das ich bin gleich wieder ich hätte gerne mal meine maus hallo 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 was ist die brittens gott funktioniert in die windows das nämlich ist mir das hast du auch eigentlich ausgeschaltet was suche ich noch so schreibt man vielleicht nicht dieser ordner ist leer das ist ja super warum warum funktioniert das eigentlich nicht so es ist nicht ein schöner hintergrund hier das alles meine maus will nicht das ist wenn ich eine maus potenziert dann immer noch keinen bock mehr auf deine vorgewichteten finger jetzt stecke ich es hier rein jetzt hat es den dilemma gemacht und jetzt sollte die maus noch gleich angehen aha bisschen rot hier auch in intensität maus ist ja halt die frisse willkommen bei steam cloud ok wo ist es okay es ist anscheinend nicht mehr von desktop vorhanden perfekt so habe ich meine sachen gern wenn sie nicht mehr auf dem desktop sind ich glaube ich brauche den gar nicht ihr habt noch gar nicht meinen desktop hintergrund gesehen das hier ist mein neuer desktop hintergrund also wenn das nicht beautiful ist dann ist das nicht geben sie hat daran heute können anfangen cool nur neun minuten musste die gerade zu gucken wie einfach viel behindert sind aber der effekt so richtig gerne floh aber gar nichts verstehen der wo kann ich das leiser machen warte schlack abholen da läuft vor der 24 auge greift aus wie geil jetzt was aussieht ja weg damit ich habe einen bild welchen modus spielen wir ich muss noch das büte ist geben wir anbekommen neuer Kampagne glaube ich ja wir vor den Zweck ey wo waren wir? wir waren bei bei Left 4 Dash ist weg, no? what the fuck? ähm wir waren bei der Brücke oder? was spielen wir jetzt? ich hab schon weiter ja Kantania ne wir waren schon weiter als Brücke wir waren beim Karneval gell? so wir können loslegen wir waren schon weiter wir waren nicht mehr bei der Brücke, die Brücke war AIDS die Brücke war als wir diese ganze Scheiße collecten mussten das haben wir dafür haben wir drei Trice gebraucht aber jeder Trice hat einfach 20 minuten gedauert komm rein ich kann nicht auf deine Einladung klicken, krieg's gut mit ich würde gerne der Blacknigger sein äh ey, hast du jetzt die Brücke aus? nein hab ich nicht okay ich dachte schon und das, ich glaub das Infektionszentrum hab ich schon versucht aber nicht gepackt wenn das das mit dem Rollercoaster ist, dann ja das haben wir geschafft, das Infektionszentrum wer ist Arthur? du kannst einfach nochmal von vorne spielen also willst du nochmal ganz von vorne anfangen? nein! Tom, du willst einfach das erste Level ist nicht wichtig, da passiert nichts wichtiges das ist ja generell nie was wichtiges, du schießt einfach die ganze Zeit warum hab ich so eine behinderte Kackwaffe? soll ich nochmal einladen, Tom? ja, hat sich grad aufgehauen äh, ich brenne? ist das mit der Alpha oder so? ne, das ist nicht einfach das Game ist schon fertig, das Game ist sogar schon von alt eigentlich really? ja, Junge oh man, ich muss kurz was machen, nicht angreifen warum angreifen, ja? ich glaub ich bin tot, oder? hm? wo hat er den Schalken gebaut? ja, ich weiß nicht wie ich liege, siehst du? hä, was machst du? ich liege am Boden wo bist denn du? ich hätte grad wiederbelebt vom Coach du musst in unsere Lobby kommen, Junge du bist nicht mal in unserer Lobby drin hä, da stand Spiel beitreten nicht so? ok, mach ich ich hab den Einladung geschickt wir haben noch nicht mehr gestartet, Junge du bist schwul ja, ok halt die Fresse soll ich nicht, äh, nicht, soll ich mit dem Bot spielen, oder? ja, nehm ein Bot mit, weil wir sind ja zu dritt na dann fuck you, fuck you, fuck you was ist denn hier passiert? dieses Level ist arschig ich hasse das Level und es ist gemein das hab ich schon mal gemacht, oder? wenn ich das jetzt schon mal gemacht hab ich fick dir drei Arschlöcher ja, das haben wir schon mal probiert auf jeden Fall ja, KYS war da kein Bock also, also warte, warte wie ist die Steuerung? äh, WASD es gibt kein Ziel das ist wie bei CSGO halt schießen äh, E ist glaub ich wegschlagen ne, rechtliches wegschlagen E ist aufheben ah, rechtliches wegschlagen also CSGO nur mit WASD wie steuert man oder was? doch, aber auch mit SHIFT hä? SHIFT gibt's euch auch, aber ich werd sich unsichern es gibt keine Renntaste nein, nicht schon Alter, ich hab das dreimal jetzt gemacht ne, ja ja, egal warum ist da ein Spoiler an so einem Oldtimer? warum nicht Peter? so äh... warte mal, ich muss kurz was einstellen stopp erstmal hast du ne MediCAD? nimm dir ein Medikett mit und das kannst du mit dem Haushalt auswählen dann entweder mit links klick dich oder mit rechts klick andere schießen es noch einmal ab und ich schieße dir ins gesicht hallo und so ist und willkommen ihr habt ja schon 14 minuten zugeguckt von daher wenn ihr nicht soweit gekommen seid ohne abzuschalten guck dir jetzt auch noch zu Ende es gibt hier als Ackerfach gibt es solche Gitarren oder Wart mal hat jemand Molotow nein okay dann müssen wir dabei einfach alles abverlangen it's cold fuck you fuck you oh you ain't getting me boi recht ah nee er ist nachladen also ja das ist immer an wie benutzt man sein first aid äh neben du rauskollst oder mit die vierten sprit und dann wird rechts sogar rechtlich ist auf jemand anderen das verwenden genau rechtlich ist auf jemand anderen aber sollst du nur benutzen wenn du schon mal gedauert wurdest am besten also wenn du oder wenn du halt nur noch wenn du noch irgendwie also ich benutze es immer wenn ich unter 20 leben habe eigentlich weil es bringt 80 genau es gibt pass auf die tanks sind genauso balanced die tanks sind genauso balanced wie lol also pass auf ja du machst weniger damage was richtig aids ist manchmal wirst du irgendwie runter genockt oder so da liegst halt am boden und dann spuckt jemand auf dich oder so du kannst halt nichts dagegen machen was ist das warum schreit die alle reloading shut the fuck up reloading reloading i'm reloading guys no one cares shut the fuck up 316 noscope 316 noscope ja wenn man das auch tank tank hilft mir das ist ein charger kein tank wo ist der tank die tanks aber noch besser als die charger ja ich muss noch mal ein bisschen lauter machen warte kurz ups das ist ein bisschen zu laut drück rechts klick wenn du so von welchen oh lol sie hat gerade holen wir mal nachladen hä was macht was macht rochelle die blöde forze wo ist meine piste wo ist meine piste ne eigentlich nicht das katana ist ok bleib nicht zurück digga du stirbst du passt schon wo seid ihr wo seid ihr wer ist sweet potato ich bin sweet potato ich hoffe nicht anzuschießen fettsack dann ist dieser behinderte bot das was irgendjemand fickt mich die ganze zeit an auf jeden fall ja aus prinzip halt die fresse du kleiner homo wir müssen da hoch scheiß auf den charger einfach weglaufen ah Tom es gibt manchmal es gibt manchmal so es gibt manchmal so Tom es ist wichtig es gibt manchmal witches witches und wenn du die an äh anleuchtest oder abschießt dann fickt die dich one shot und die heulen halt sau laut und daran erkennst du die solange du sie nicht anschießt mach sie dir auch nix aber wenn du sie anschießt gefolgt ich bin hier die ganze zeit hinter meinem auto seid ihr kacke ich hab doch gesagt wir müssen da hoch ich weiß nicht wo du bist wie bist du da hochgekommen ihr seid so kacke in diesem spiel ne wie bist du da hochgekommen Junge da ist ein auto ihr müsst einfach auf diesen scheiß hügel laufen wo seid ihr verpisst euch von da ihr kleine homos da ist es voll kacke da zu sein du bist so kacke du bist so kacke du bist so kacke du bist so kacke hey muss ich raustappen sag mal was richtig laut oder so keine ahnung ja ok also ihr dürft ja passt passt eigentlich also wo bist du achso du bist hier lang achso das ich bin abgenippelt weil ihr scheiße seid ok Tom du gehst jetzt geradeaus da raus genau genau schön und jetzt links geht es da hoch zur autobahn ok geh da hoch links genau schön da ist ein auto da klettert ihr drauf und dann aufs schild ist es so scheiße schwierig ihr fetten homos guck mal wer da liegt ha ich weil ihr scheiße seid nein ihr müsst mich neu finden nur mit dem defi ok ok aber der defi der ist ja da ist er da ist er da ist er das ist das ist das ist Hey, das ist richtig lustig. Lass mich das mal kurz machen. Wo sind die... Hier kommen doch gleich so Massen, oder? Wenn du auf ein Auto schießt... Ich hab ein Defi gefunden. Moment mal, ich werd hier grad schon wieder angefickt. Ich hab hier grad... Ich hab nicht auf ein Auto geschossen. Ja, wusste ich nicht, dass es davon auch geht. Ich wollte es grad zum ersten Mal so ausprobieren, so richtig Premiere. Oh, fuck, 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 fuck. Rechtsklick! Ich komme! Von was werd ich angefickt? Ein Defi, cool. Hab ich nicht gerade gesagt, ein Defi, cool? Wenn jemand Waffen findet. Aber jetzt hast du halt nur noch ne Pistole. Hab ich auch. Also, das ist ganz scheiße eigentlich. Ich hab keine Pistole. Ich hab diesen komischen Baseballschläger. Ja, ha, 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 ha. Du musst halt mit dem Baseballschläger arbeiten. Ja, ich hab jetzt nur noch den Baseballschläger. Ja, du kannst es später switchen. Das ist kein Problem. Ja, 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 mach. Hä, Rochelle hat jemanden umgebracht! Das ist der Indy-Fier. Rochelle hat Potato getötet, stand da gerade. Sie hat ihn beschützt, stand da wahrscheinlich. Oh. Okay, wo lang müssen wir... Hey, Etienne, ich hab' hier dran. Die Map ist... Etienne, Etienne brauchst noch nicht. Warte auf, du musst so rumpeln. Aber Etienne brauchst noch nicht, oder? Nee, nur nicht. Ey, Etienne, in die Pillen. Oh, Etienne, in die Pillen. Ach, gut. Dankeschön. Hä? Oh, ich hab's mal. Ja, dann in die Pillen. Schmeiß ich mir erst mal. Oh, Alter, ich hab Speed drin. Okay, fuck. Ich hab schon wieder vergessen, was lang geht. Entweder ging's hier lang. Und ey, hier gibt's Muni und den Verbandkasten. Die Gitarre, Dicki. Aber ich hab' halt... Ey, Tom, fick deinen Bass-Rush, ey, lass die Gitarre. Ey, die Gitarre... Die liegt am Bart. Ey, ich nehm' die nicht. Äh, ich verarzt sie mal, ja. Ey, wir müssen... Also hier ist falsch, übrigens, so was ich weiß. Kann ich mich auch selbst verarzen? Ja, aber das lohnt sich nicht, du bist. Das ist richtig schwul, die Map, weil... Das zu finden, wo man lang muss, ist schwul. Kommt. Kommt, Leute, wir werden einen fucking Exil von hier finden. Ey, Tom, kommst du? Äh, ich hab... Wo seid ihr? Wir sind nur wieder zurückgelaufen. Oh, nein! Verpiss dich von mir! Diese Dinger sind schwuler als Tom. Ich glaub, ich hab' ne MP7 gefunden. Du bist auch so ne MP7, fick dich. Nee, ich schlag dich gleich mit meiner Gitarre. Ist das tot? Wenn's tot ist, kann man's dann auch ficken. Ey, hier gibt's Ammo, hier gibt's, ähm... Oh, warte mal, da muss ich mal ein Defi weg... Ah! Bin ich hier safe? Oh, guck mal, ich stech hier oben und bin safe. Nice. Ey, Tien, willst du an der Gitarre geschlagen werden? Hä? Was hat ich... Jemand hat mir Pillen gegeben, aber gut, nehm ich. Ja, die ist schon ziemlich... Irgendwie muss man hier doch durchkommen, oder? Genau, hier. Ja, setzt, setzt die... Wir haben keine Zeit dafür. Ich hab noch ganze 87 Leben, halt die Fresse. Kommt mit. Kann mich irgendwer healen? Ich bin Half-Life. Junge, Half-Life ist nicht schlimm. Kommt mit. Oh, ich bin runtergefallen. Scheiße. Ja, aber hier hinten ist es auch nicht so falsch. Aber es ist halt nervig, weil du musst jetzt erst... Ja, okay, aber... Es waren auch nicht so viele Zombies da. Wir müssen jetzt erstmal die Wave clearen. Und dann müssen wir da rechts runter. Das zeige ich euch gleich. Ich habe ewig gebraucht, um es zu finden. Bei beiden Malen. Okay, haben wir es geschafft? Ist die Wave weg? Ja, da unten ist glaube ich noch Muni oder so. Wo? Ich sehe nicht. Also hier unterm Packplatz, da, wo der Pool ist. Äh, Achtung, da ist da irgendwo angezogen, oder? Nicht? Ja. Leute, hier ist wieder so ein Wichs. Das jumped und jumped instant. Nochmal, komm. Äh, bin ich tot? Also ich will nicht. Okay, hier lang, hier lang, schnell, schnell. Da unten ist auch noch irgendwer, äh, irgendwas. Verpiss dich! Ich heile, ich heile, ich heile gerade die Kerne. Das ist gut. Ich war doch noch auf Speed, Alter. Ich war doch noch auf Speed, Alter. Ich war immer so fein. Wie viel Leben hat er denn? Er hatte irgendwie eins. Theoriert hat er nur ein Leben, aber er hatte noch so... Meine Shotgun, ich habe dich für Mist. Warte, 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 warte. Ja, die lehnen da hin und dann explodiert sie. Okay, wir müssen jetzt hier lang weiter. Hier ist was anderes, das kann Tom oder so haben, ist mir egal. Die macht Damage, fertig. Ja, aber die ist nicht so gut für mich. Was richtig geil ist, ist die Rohrbombe. Oh, ich bin schon runtergerutscht. Jocky, Charger. Konnte ich noch werfen, wenigstens? Nein. Oh mein Gott, dass ich die nicht mehr werfen konnte. Du hast ATA, ich bin so gut. Achtung, 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 weg da. Lass die da hinnerin. Ich werde mich verletzt. Verletzt. Okay, ich hoffe mal, das hat so ein paar wenigstens weggefickt. Ja, das hat eine Menge weggefickt. Hä, von was hast du dich angefickt? Verpiss dich. Okay, im Wasser ist man relativ slow, also vielleicht nicht überlegt. Zeig, fickt euch. Ich habe irgendeine... ...Granaten zurückgeguckt. Nein. Oh, wer war das? Egal, reicht, ist okay. Aber hätte man mehr mit töten können später. Weil später kommt es richtig bitter. Keine Ahnung, was das ist. Weiter, weiter, weiter. Äh, nicht aufs Auto schieben. Hier ist Benzin, Alter, krass. Brauchen wir nicht. Benzin ist Auto mit einer Gitarre-Stone. Seid ihr hinter mir überhaupt? Hier ist Benzin, krass, zwei Sekunden später der ganze Fluss brennt. Ich habe das nicht angezündet. Ich habe es angezündet. Well, weiter. Fuck, mussten wir hier irgendwo hoch? Ich glaube schon, gell? Da, links, da, links, da, links, hopp, mit, komm, mit, mit. Alle mir, nein, ich habe keins. Achso, Thomas bestimmt einfach nur schwul. Warum seid ihr noch dahinten? Oh, zum Glück habe ich den vorhin umgebracht, Alter. Ich habe nur noch einen Maschinen-Gun, den fast keine Mütze hält. Ey, ich habe deine Mutter getötet. Hä? Ne, ich habe die getötet. Ich habe die getötet. Ich habe die mit einer Shotgun gelegt. Wo ist die? Ich weiß nicht. Ich sehe keine. Mach lieber Taschenlampe aus. Genau, F. Oh, ich habe sie gefunden. Ich habe die nicht mehr angeguckt. Ich habe sie gefunden, die Tennisdown. Ja, danke für die tatkräftige Hilfe. Ihr seid echt toll. Dankeschön. Ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht angeleuchtet. Warum nicht? Bullshit. Ja. Trotzdem ist das schwul, weil ich habe die nicht angeleuchtet und auch nicht angeschossen. Meine Stimme. Sie ist kaputt. Dein Defi, der war Defi. Müsste da oben liegen, oder? Der ist da liegen. Aber ist er nicht. Dann wurden wir hart gescannt. Der hat sich eingeschissen und hat gestorben. Ja, geh, geh. Ja, okay, wir müssen weiterlaufen. Scheiße, ist der hier irgendwo runtergerutscht? Ihr kennt nicht, rutschen die Items. Also komm, lauf weiter. Oh, oh. Uma. Ich habe keine Rolle. Tod. Du hast also dann, was du holt. Sonst hat die Gitarre, gell? Ich guide euch einfach. Da links ist genau der Safe-Pro. Leider bin ich tot. Backpoint 1, komm her. Scheiße, tschüss, tschüss Rochelle, du bist tot. Tschüss. Rochelle ist tot. Oh mein Gott, ich habe endlich wieder eine Pistole. Ich kann zwei Pistole. Ey, das ist von der Marken, by the way. Lol, die Rochelle ist... Habt ihr erst mal die Rochelle ausgespürt? Wir können... Man kann von der normalen Waffe... Von der normalen Pistole kann man zwei nehmen, von der Marken nehmen wir nur noch eins. Man kann zwei nehmen? Ja, man kann zwei Pistolen nehmen. Nein, irgendwer... Ich war gut, wie ihr seht. Ah, guck mal, ich bin gut. 0 Punkte, did the most damage for the witch. Ja, passt. Ja, schön, dass du mir hilfst, ne? Passt. Ups, hallo. Wo sind normalen Pistolen und wo kann ich zwei davon aufheben? Man kann nur zwei haben, wenn da auch eine normale Pistole liegt. Das ist eine Marken. Können wir? Warte. Ehm... Ehm... Legen hier nur am Machen, ums rum. Ehm... Komm, siehst du das nicht? Habt ihr alle in den Medikest genommen? Okay, gut. Ja, hab ich. Let's go, boys. Das wird der AIDS-Part. Most likely. Ist das, ist das schon der AIDS-Part? Ich glaub, der AIDS-Part... Ne, der ist noch ein bisschen später, wenn wir das Karussell machen müssen. Ja, genau. Das und, äh, es gibt noch einen anderen AIDS-Part, wo du so... ...durch so ein Ticket-Ding gehst und du einfach beballertest von Zombies. Guck mal, das ist Boomer-Gottel. Oder? Gibt's hier kein Goal? Er ist eine Pistol. Ey, warte. Ich hab, ich hab Brenn-Money. Holt euch alle. Hier unten. Hier unten ist Band-Money. Ah, ja. Hier ist eine normale Pistole. Guck mal, ey, Tom, ey, Tom. Du wolltest noch zwei Pistolen haben, oder? Wo ist eine normale? Hier? Hier, guck jetzt kannst du, dass es nur zwei Pistolen haben. Nice. Und so. Ich hab hier den Arschloch geschossen, das ist alles gut. Aber, das Arschloch ist in mir explodiert. Ja, das ist nicht mal ein Problem. Wessen Arschloch ist explodiert? Nein. Der Boomer ist explodiert, aber er ist dann in mir explodiert, weil ich wurde angekotzt. Ich wurde auch angekotzt. Ja, ich hab den Arschloch geschossen und stand direkt hinter ihm. Ich bin nicht der Einzige, der draußen ist. Ich hab Brand-Money drin jetzt. Komm. Ich leite diese Freude, ich bin hier schon nach vorne. Ich hier verbinde dich hier. Wo, wo lang müssen wir? Etienne, lead the way. Etienne, nimm mal das hier. Ich geh. Pain Pills. Was? Wo? Pain Pills? Hast du genommen? Horich Adrenalin? Oh, fuck. Ich wollte es nicht mehr nehmen. Alter, Mensch. Ich hab Pain Pills. Mach mal Rechtsklick auf mich mit den Pain Pills. Oh, nö. Verpiss dich. Holy shit. Mit Rechtsklick kannst du Sachen wie Items, so Items. Ich hab keinen Bock mehr auf die Viecher. Oh, nur Spaß. Ey, das ist alles. Das ist bitter. Äh, Jockey. Oh. Das ist ein hässlich. Ich seh noch... Oh, ja. Der Gast irgendwo noch ist wieder, aber ich weiß nicht wo. Der steht dahinter oder so. Was liegt hier? Eine Brechstange, die brauche ich auf jeden Fall. Okay, weiter. Dann finde ich endlich ein Sturmgewehr. Ich hab keine Bock mehr auf diese fucking... Ich liebe die Shotguns. Ich weiß gar nicht, was hier gegen die an. Als ihr alle anderen Waffen wollt. Hey, hier liegt was. Hier liegt ein Sturmgewehr vielleicht. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, hier ist Muni vor allem. Hol dich Muni. Muni. Da hinten. Das ist ein Jagdgewehr. Oh, oh, oh. Unten da ist ein M16. Uh. Hier ist ein Molotow gewesen. Ich hab einen Scout gefunden. Was ist das? Als ob ich hier nicht durchpasse. Kommt, schon so fett bin ich nicht. Achso, das ist diese... Oh, Boomer. Okay, dann können wir mal weiter, oder? Ich bin gut ausgestattet. Oh, das ist Tank, oder? Doch, das ist Tank. Nee, das ist auch ein Tank. Das ist Tank. Auf den Tank. Oh, ich bin down, oder? Oh, ich verrecke. Warum seid ihr alle down? Wegen dem scheiß schwulen Tank. Was ist mit mir? Warum seid ihr alle tot? Weil du down bist. Du bist auf null gedroppt dein Leben. Schieß auf den scheiß Tank, du Fettsack. Du kannst ihn... Der rennt da gerade rum. Ich kann ja auch nicht, was hier gerade. Wie sieht das eigentlich aus, wie ich hier rumliege? Wie lange, wie viel Leben hat der Tank? Tank ist tot. Okay, nice. Ich hol mir das Mad Kid auf jeden Fall. Ich habe mich selber ran. Benutzt du auch mal seinen Mad Kid? Savior! Du musst deine Mad Kid... Savior! Okay, weiter. Ah, danke schön. Und auf keinen Fall so lange irgendwo bleiben. Ich habe ein neues Mad Kid fickt euch. Ich brauche Muni. Ja, hier ist eine Aurora Bombe. Ah, okay, hier auch. Ich brauche auf jeden Fall diesen Kumpel. Ich habe das eine Witch dahinten. Ich hoffe, ich schieße jetzt keine Witch ab. Wir hören keine Musik, also ist es schon keine. Okay. Danke. In der Axt. Was ist das hier? Noch eine... Hier ist eine Combat Shotgun. Gib mir die Combat Shotgun, du blöder Fettsack. Das ist eine Sniper, oder? Das ist... Das ist ein... Ja, das Sniper. Hä? Wo... Hä? Habt ihr den nicht abgeschossen? Loll. Ihr seid ja richtig scant. Bei mir ist der Jockey in die Wand gesprungen. Also, ne, durch die Decke gesprungen einfach. Loll, hier ist ein Tank. Warum sind hier so viele Tanks? Das ist ein Charger, kein Tank. Oh, das ist... Dinge, die sehen gleich aus. Warum sehe ich so wenig? Weil du schwul bist. Fick dich, Tom. Wie die du ja... Fick dich. So, freundliches Fick dich. Okay, da bin ich froh, dass ich die Auto Shotgun habe, die Skull. Oder die Combat. Das ist ja keine Autos, ja. Das ist ja nicht ein Combat. Ich hab immer noch so eine komische Ride. Nach links, ihr wollt gar nicht uns zuwenden. Nach rechts aufhalten, weil da ist halt nicht mal Loot. Buhu! Ey, ich hab einen schwarzen gefunden und den nachgeschossen. Ey, ich hab eine AK. Uh! Wo seid ihr? Oh, fuck, da ist ein Splitter. Ist tot. Ey, ey, ich kann hin. Ey, hier ist noch eine... Hier ist noch eine Brand... Äh, ein Molotow halt. Ich brauch keine AK. Ich mag die Shotguns viel leer. Was ist das? Das ist eine andere Shotgun, ist aber auch gut. Habe ich nochmal volle Money? Okay, dann rein. Und zittet die AK hier auch? Äh, da ist ein... Da waren... Wo ist das da? Oh, shit, what the fuck. Warte mal, ich werfe eine Rauchbohle... Äh, Molotow, ist da. Einer Molotow, Brachverschwendung, glaube ich. Hä, ich dachte, da kämen jetzt noch richtig viele. Nee. Egal. Bei Molotow würde ich eher so für Tanks oder so benutzen. Hä, da stand doch einer, von daher kann ich den noch eh jetzt noch... Nein, ein Molotow. Eine Horde. Oder habt ihr den doch mitgenommen jetzt? Ich dachte, keiner hatte mehr Platz gehabt. Ich guck mal kurz nach. Echt, dass der da noch... Noch, noch da stehen und gammelt. Guck mal, da war noch einer. Genau, ich hatte... Der ist so schwul. Äh, ich höre ein Charger. Ja, da hinten. Charger. Ich versuche, es statt zu verlangen. Der hat gemisst. What the fuck? Okay, diesen Raum kenne ich noch gar nicht. Was ist hier drin? Hier ist noch eine andere... Hier ist eine Rohrbombe, aber ich behalte über den. Wieso gibt es jetzt kleine Penismesser? Leul, du hast mir voll ins Gesicht geschossen. Hier ist ein Kneip. Warum sehe ich so wenig? Leul, wie viel Zeug hier an sich rumliegt, ne? Ist das eine... Ist das eine... Ne, ist das eine... Okay, dann noch, äh, dann wieder raus. Ich hab, ich hab den Raum noch nicht gekannt. Ich will einfach mal sehen, was hier drin ist. Okay, der ist direkt vor mir. Weißt du, wirst du sagen, wie wir gehen in die Richtung, wenn du in die andere Richtung. Wir sind einfach aus dem Haus wieder rausgegangen. Guck mal, was hier steht. Oh no, Molotow verschwindet. Oh no, no. This game is a little hard. Oh no. Hier sind neue Waffen. Und eine Rohrbombe. Fick die, Rochelle. Es gibt dir doch kein Verbandszug. Sie ist schwul aus. Das ist ein Scheiß-Bacht und da oben ist ja was. Das ist ein Zombie. Hier ist Benzin und noch irgendwas. Hallo. Was ist das? Shotgun oder Autoshot? Ey, hier ist Metscheiße. Kommt her, kommt her, kommt her. Ich glaube... Wow, hier ist Metscheiße, aber es sind nur zweimal Pillen drin. Nice. Ja, besser als gar nichts. Hier ist vor allem Muni. Da ist so eine Uzi, glaube ich. Ich kenn mich mit Waffen gar nicht aus. Hier ist Ammo, genau. Wer kann die noch aufnehmen? Wer ist... Da oben, da oben... Drei Leute in die Tür reinhalten. Da oben steht Brandammo. Da oben steht Brandammo. Hier. Kann hier noch jemand aufnehmen? Ich hab alles voll. Wir setzen die einfach jetzt fest. Ich würde gerne wieder nach unten. Ich würde gerne wieder nach unten. Hilfe! Joa, was ist mit dirchen los? Helft mir! Tschüss, ihrchen. Tschüss, ihrchen. Warum seid ihr immer so schwul drauf? What the fuck? Du hast gerade... Boomer extorted on you. Watch out Boomer by Attracts. Was machst du eigentlich da unten? Du bist runtergefallen. Ja, Alter, was macht ihr Tchen immer überall? Fick dich. Tchen wird vergewaltigt. Ja, aber ich lebe. Ich lebe auch. Guck mal, ich hab 82,5 HP. Fick dich. Seid ihr da? Seid ihr da? Ja, ich bin bei dir. Witch, was du wusste? Was ist diese Incediary, Moni? Die kommt voll rechts irgendwo. Die Witch, die Witch, die Witch. Die Witch, die Witch. Nicht anschießen. Nichts. Absolut gar nicht. Junge, du bist so eine Fotze, ne? Junge, wie kannst du dich finden? Bist du schwul? Doch, hör mit zu. Da ist eine Witch. Siehst du sie? Nicht anschießen. Auch nicht anleuchten. Wir müssen sie töten, aber wir kommen sonst nicht weiter. Nee, doch, wir können einfach an der vorbeilatschen. Wir können einfach an der vorbeilatschen. Wir dürfen die nur nicht anficken. Auf F drücken alle und nach unten gucken. Das ist alles, was wir machen müssen. Okay, komm, versuch's. Ich sag dir, du bist der erste, der Sterben wird dabei. Das wird nicht klappen. Hab ich sie angefickt? Fick mich! Schilder zieh, bevor sie mich erreicht! Ah, Tom! Guck, Tom hat drauf geschossen. Es hätte perfekt funktioniert, hätte Tom. Ja, die verantwortet sich. Ey, hier ist ein Metscheiße! Hier sind drei Pillen drin! Nein! Und ein Metskett, Digga. Ich brauch auch eine Pille. Wer hat sich das herfickte Metskett gefickt? Ich hab' das verbraucht. Ich hab' das verbraucht. Guck dir an, wie viel Leben du hast. Ist dieses keine Ammo? Warum bin ich so Full-HP? Irgendjemand hat mich geheilt. Okay, wer hat noch... Oh! Hat noch jemand ne Brand... Ich hab noch... Das ist mit dem Molotow runter. Oder ne Rauchbombe. Rauchbombe. Wuuu! Alles runter! Bum, 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 bum! Das ist richtig geil. Alles ist Karossel, gell? Wer hat da zwei reingeworfen? Tom, du schwuler Fettsack. Du verbrauchst unsere Ressourcen. Family-Friendly? Hier ist auch ein Raum, den ich... Oh, okay. Erstmal... Ihr müsst hier leider raus. Sorry. Ein Wettkett. Baba. Baba. Kann man die aufmachen? Warum sieht man hier nichts? Was soll das? Was soll das? Was ist das denn? Abstellkammer. Süßlos. Ja, okay. Ich hab' noch ein Wettkett. Sweet Potato. Du brauchst jetzt nur eine Witch. Die Hälfte sind heute ziemlich gut vertreten, ne? Nee. Ziemlich gut vertreten heute. Okay, da hinten ist er ein Wichser. Okay. Ich mach' jetzt... Jetzt! Schnell, 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 schnell! Schnell! Run! 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 Run, run, bitches! I'm already running! Oh! Geht weg, Connor. Ah, ich hab' mich verlaufen! Fuck! Ich auch. Verlaufen. Müssen wir überhaupt hin. Wir müssen dieses scheiß Karussell wieder ausmachen. Wir müssen rein ins Karussell, oder? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo's reingeht. Ah, ich hätte belästigt. Vielleicht hätten wir das vorher so ausmachen sollen, wo man reingeht. Äh, hier geht's rein. Okay, dann geh rein, geh rein, geh rein. Oh ja, jetzt weiß ich auch wieder... Ah, fick mich, Alter. Das hätt' ich wissen können. Tom, das ist... Schnell, ich geb' dir Deckung. Okay, dann war mal die springen über die Zäune drüber. Warum klettert denn die... Warum klettert denn die... Warum klettert denn die Fickbolzen hier rüber? Ja, ich wurde voll gekotzt. Ich auch. Ich schieß einfach mal weiter rein. Ich renne weiter, Yolo. Nenenenen, aber ich muss das an. Ich auch. Ich schieße die ganze Zeit auf Moschelle. Oh, da wurde auch jemand's vorgelegt. Oh, ich bin da gezogen. Ja, ja, hab ihn. Hier ist eine Rohrbombe. Hab eine. Ja, verpiss dich. Oh, Leute. Immer wenn mein Nagel auf deinem ist, den Schatten schatt dieses... Hier ist eine Axt. Das ist alles langweilig. Okay, wir müssen diese Scheiße jetzt mal ausmachen. Ich mach's, ich mach's. Ja, hier. Hab's ausgemacht, okay. Wer hat das überhaupt angemacht? Wir mussten es anmachen. Wo macht man das aus? Wir haben's schon ausgemacht, du Fettsack. Ich hab keine Abo mehr. Alter, ich werd belästigen. Hört doch auf, mich zu belästigen, ihr fetten Huten drin. Ah, mich hat irgendwas gerammt. Team-Mate macht Helm. Wahrscheinlich ein Schadler. Ich werde auf dem Solo verprügelt. Ich kann nicht... Ich werde auf dem Solo verprügelt. Ja, ich versuch schon zu helfen. Glück rechtlich. Spam rechtlich, wenn du's noch kannst. Loll, ihr seid alle fast tot. Ja? Ich hab noch 74 Leben, weil ich mir Pillen eingeschwisst. Da hatten doch mehr als genug Pillen. Ich werd belästigt. Ich will das nicht. Halt, stopp. Okay, okay, okay. Sweet Potato. Nein, ich möchte mich nicht selber halten. Wo ist Sweet Potato, Alter? Was ist los? Ich muss dich heilen. Da kommt irgendeine obdachlose Raum und Bitschlepp. Nein, ich möchte mich nicht selbst heilen. Haha, Tom, du wirst absolut kein Mad Kid mehr von mir bekommen in dieser Runde. Komm, Tom. Ach, nö, ich will das nicht machen. Ey, noch, Alter. Wir müssen da rein. Hier ist ein... Geh da nicht, geh da nicht. Aber ich bin der Einzige... Ach so, Rochelle, opfer dich mal. Rochelle, Rochelle, go in. Go, go, go. Was? Toll. Was macht Tom da? Okay, Tom geht rein, Yolo. Okay, Tom ist sowas von tot. Ah, da ist der Schutzraum. Wer hat sie... Wer hat sie angefickt? Ist ja auch egal. Rein. Beat this bitch down. Tom ist grad anscheinend, hat gerade schon die Stille oder sowas. Lass mal... Rochelle! Nein, Rochelle soll auch rein. Nö, die ist tot. Nein, nein, nein. Lass die... Ich möchte sie... Die mehr Leben, die hattest du... Okay, fick die scheiße, tschüss. Oh, ich komme auch raus, tschüss. Alter, sind die... Ja, okay, lass die verrecken, Junge. Was sollen wir machen? Die Rochelle ist einfach insidiert. Okay, nee, die ist tot, scheiß drauf. Nein, ich mach das. Ich fighte das bis zum Ende. Nee, den Liebestunnel, nee, mach ich gar nicht. Aber das Ding ist, lass ihn lieber liegen, weil der hat die mehr Leben. Ja, ha, ha, ha. Der hat dann mehr Leben. Du wirst jetzt nicht erst mal sterben, das ist aber nichts, gell? Ja, nee, 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 ich sterb schnell, keine Sorge. Nö. Ja, die Fresse. Ha, ha, ha. Ich führ leise. Alter, wie viele Minuten sind das? Ich glaube, ich mach zwei Parts draus. Also, wenn ihr weitergucken wollt, dann schaut euch einfach das nächste Video an. Bis gleich. Bis gleich. «